Jeden Tag erledigen wir Aufgaben und stellen uns unseren Herausforderungen. Wir stehen früh auf, um pünktlich unsere Arbeit zu verrichten. Wir bleiben lange im Betrieb und helfen dort, wo man uns braucht. Wir sitzen hinter Schreibtischen und bauen Häuser. Wir planen, sägen, hämmern, fräsen, backen, schlichten Regale ein, reparieren dein Auto oder deine Waschmaschine. Wir kommunizieren mit Kundinnen und Kunden. Wir beraten und wir bringen eine junge Perspektive in verstaubte Angelegenheiten. Wir sind stolz auf unseren Beruf und unsere Arbeit und wir möchten unser Handwerk bestmöglich erlernen. Wir gehen dazu in die Berufsschulen und ergänzen unsere praktischen Fertigkeiten mit der passenden Theorie. Wir können dort Dinge ausprobieren, für die im Betrieb keine Zeit bleibt und Fachgespräche mit den Lehrenden führen. Wir sind stolz auf unsere Berufsschule, denn sie bildet uns zu dem aus, was wir sind. Die Facharbeiter und Facharbeiterinnen von morgen. Doch jedes Jahr macht uns eine Sache große Sorgen. Wir Lehrlinge müssen jährlich zwischen 800 und 1000 Euro dafür bezahlen, dass wir während der Berufsschulzeit in einem Berufsschulinternat unterkommen. In dieser Zeit sind viele von uns finanziell von ihren Eltern abhängig und das, obwohl wir voll im Arbeitsleben stehen. Diese versteckten Ausbildungskosten müssen weg. Dafür setzen wir uns jetzt ein. Unterstütz auch du unsere Kampagne. Like oder share sie oder teile es mit deinen echten Freunden oder deiner Familie. Gemeinsam räume mit den Internatskosten weg.